Sehr Leon Eurocar. Zweites Rennen 2014. Wie wird der Start vollzogen? Die Autos steigen vorne in die Höhe. Es ist abgewichtet. Es ist ein paar Widerstandes schon. Das erste Mal ein bisschen spät. Ich hoffe, das wird nicht sehr passiert. Da sind wir alle richtig Schwein. Ich weiß nicht, was wir da gehen. Wir haben Schwein. Mehrere Wangen. Wir sind seit dem Norden. Die Luftgewehr ist in der Vorderbahn. Dies geht über 20 Jahre. Die U20 jeweils über 200. Lieber nicht auf Schuss. Da sind wir auf Schuss. Das ist ein Sorgern. Ein Durchgang. Beide, wir waren, wir sind jetzt noch nicht, weil wir können, dass wir in der Fahrung haben, dass wir in den Jahr 2020 jeweiligen, Bei Start und Ziel vorbei. ...du war das auch von Jürgen Sparks. Der fahrt Christmann. Ich würde mal für seine Verlässer würde ich sagen, ich würde schon mal für deinen Besten sein. Und das ist auch, wie ich sage, das erscheint, der hinter den Grundflügel auch kann, 3, 7, 6, 7, 2, 2, 1, ...Stand und der Fettbox kommt jetzt auf der Sieger von der Stadion... ...Wir starten über 25, da steht er nun und Ablösen ist in dem. Nach dem Ganzen der Suche von dem Auto, wagen aber auch nicht vor, es wird schon oben in der Bau. 2,3 Sekunden im Moment. So jetzt, wenn der Grund aber auch ist, dann halt wirklich schon mal ja nach dem Vorhinein, doch hätte ich versuchen, dass das ganz schön ist, gerade so. Let's beiden. Hier kommt jetzt ein, das sind die Uhr. Und da hieß, dann bleibt die Uhr noch, das ist die Uhr noch vorhin geworden und dann sind die Uhr noch Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Vielen Dank.